Brombeeren Brombeeren? Ich glaube. Darf ich essen? Ja. Sauer noch? Oder geht's? Ganz bisschen. So, bitteschön. Dankeschön. Ich hab mir schon mal einen genommen. Ah, okay. Nimm das zusammen, oder? Alles klar. Achso, wir können auch einen nehmen. Passt, ja. Wenn ich so einen eigenen habe. Nein, nein, nein. Darf man? Ah, okay, danke schön. Bitte. Alles klar, danke. Schon rein? Ja? Ja. Wie du willst. Zwei. Ah, ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha. Ja, ha, 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 ha. Wie schlecht. Was ist denn Lucky? Ich hab gerechnet. Ja, ja, was sind das Rote? Ich mag einfach fliegen wie ein Motorrad. Kannst du werfen vielleicht? Ja. Wie? Oh nein! Zwei. Ja. Show me. Egal. Viel besser als ich. Drei, oder? Ja. Eske! Das ist schon schwer. Die mit der Höhe. Oh yeah! Ich glaube 8. Hey, come on! Vier? Vier oder fünf, glaube ich eher. Vier. Ich darf schon fünf kennen. Egal, da gibt es gerade vier. Das ist normal. Normal kannst du schon. Normal schon. Jetzt ist es wegen der Kamera. Ja, ja. Nervous. Was? Okay! Sip man! Sip. 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 Ja. Schönen Abend. Ja. Oh, ja. Perfekt. Das ist bei dir immer so. Fast. Mehr Kraft. Yeah. Sehr gut. Super, perfekte Hallo. Danke schön. Kein Problem, gerne. Danke. Danke schön. So freundlich. Aber gerade eben schon. Ganz freundlich und lacht ganz viel. Macht mir Spaß. Schmeckt sehr ungewöhnlich. Ja. So wie der Junge allein schon redet. So, warum muss man meinen Dad fragen. Hey Papa. Und dann so, das geht. sagst du diesen Ort. Und dann ist er noch ein mournchen. Mach st parti. Mach stoff. Mach stoff. Mach stoff. Schmerzt. Mach stoff. Mach stoff. Mach stoff. Mach stoff. Mach stoff. Mach stoff. Oh, die Affenlösen, Baby. Zitzen Eine Freundin aus Marokko hat mal dieses Gerät mir gekocht und ich fand es super lecker und sie meinte es sei eigentlich ein ganz faules Essen in Marokko. Ihr Mama kocht es sehr oft, wenn sie sehr faul ist. Das heißt, es ist ein sehr einfaches Gerät in Marokko und sie essen es ganz oft zum Frühstück und so. Und letztes Mal hat meine Freundin mit so sehr guten Gewürze aus Marokko benutzt und ich finde es super lecker. Also wenn du so ein gutes Shashuka kochen möchtest, dann kauf ich einfach bessere Gewürze, z.B. Paprika, Kümmel und Pfeffer. Und sie hat auch in eine Talgina gekocht und dampen lassen und dann schmeckt es besser. Aber ich habe hier keine Talgina. Es geht auch in eine Talgina. und dann gibt es eine Talgina. Zitzenario Musik Danke schön, danke. Nicht so intensiv. Nicht so intensiv.